Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück. Heute möchte ich euch ein kleines bisschen in die Scripting API von AutoKey einführen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel eben auch auf mein Clipboard, also meine Zwischenablage zugreifen. Die Zwischenablage ist genau das. Also natürlich ist jetzt hier die API von AutoKey ein bisschen auf die Automatisierung zugeschnitten und deswegen ist sie auch besonders cool. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel auf die Tastatur zugreifen oder eben auch die Zwischenablage, was wir heute machen wollen. Und ja, wir können hier zum Beispiel auf die Zwischenablage zugreifen über den ganz normalen Code. Also wir können hier ganz normal weiter in Python-Code schreiben, irgendwelche Vorschleifen oder sonst irgendwas, Wildschleifen, Funktionen, sogar Klassen könnte man verwenden und so weiter und so fort. Also ihr könnt hier richtig fancy werden. Aber wir wollen jetzt erstmal die Zwischenablage machen. Und ja, zunächst einmal, was ist das? Wenn ich jetzt hier GNOME Terminal STRG C drücke, ja, und dann wieder STRG V drücke, dann sehen wir hier, okay, das ist das, was in meiner Zwischenablage ist. Das ist da drin. Und das kann ich jetzt auch in meinem System, also in meinem Skript hier quasi verwenden. Und ja, darauf möchte ich zugreifen. Dazu gibt es eine relativ interessante kleine, oder eine Klasse im Endeffekt, auf die ich darauf zugreifen kann. Und zwar, die nennt sich Clipboard, Englisch für Zwischenablage. Und ja, jetzt kann ich hier im Endeffekt reinschreiben, was ich möchte. Also ich kann in meine Zwischenablage was reinpacken. Fill Clipboard, äh, Clipboard, warum habe ich jetzt P eingegeben? Und jetzt kann ich hier irgendwas reinschreiben, was ich möchte. Zum Beispiel können wir das Date eingeben, okay? Also einfach nur das Wort Date. Da steht jetzt kein Datum dann danach drin, sondern wirklich nur das Wort Date, ja. Das ist im Endeffekt, wie wenn ich jetzt Date in STRG C reinkopiere und dann wieder STRG V drücke, okay? Also jetzt habe ich gerade quasi STRG C gedrückt. Ich mache jetzt absichtlich was anderes in meine Zwischenablage rein, damit ihr seht, dass das da drin ist. Und ich möchte demonstrieren, dass danach eben Date drin steht, okay? Okay, so, ähm, dieses Skript ist immer noch gebeinelt auf STRG G, ja. Und ich führe das jetzt einfach mal aus. Das heißt, wir speichern das Skript erstmal, drücken dann STRG G. So, natürlich öffnet sich nur das Terminal und das Date wird in meinen Zwischenspeicher rein kopiert. Es wird aber nicht mehr ausgegeben. Das heißt, ich habe jetzt in meiner Zwischenablage Date drin. Und wenn ich jetzt hier, ja, äh, ich bin einfach nur unfassbar dumm. Ähm, man sollte natürlich richtig schreiben können, Clip, P, P, Board, nicht Clib, B, Board. Äh, das war ein Typo. Ich war wahrscheinlich irgendwie gedanklich schon beim Board. So, wir führen das ganze Ding jetzt natürlich nochmal aus. Wir machen erstmal das Terminal hier zu und drücken STRG G. Und jetzt gebe ich natürlich nochmal hier mit STRG Shift V, könnt ihr ins Terminal rein kopieren übrigens, haben wir hier plötzlich Date drin stehen. So, und das muss ich jetzt natürlich alles immer noch von Hand ausführen. Ist ein bisschen nervig, das möchte ich natürlich eigentlich nicht haben. Ähm, dazu kommen wir dann noch später. Aber wie gesagt, aktuell habe ich noch nichts, was irgendwas rein pastet in mein Terminal. Das heißt, das steht einfach nur in meinem Zwischenspeicher drin, aber es ist eben noch nicht da einfach so im Terminal drin. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, das heißt, ich möchte jetzt hier plötzlich, äh, Clip, Board, Punkt, ähm, beziehungsweise nein, von, also vom Clipboard rein pasten können wir nicht. Das geht leider nicht. Ähm, da müssen wir uns dann ein bisschen was anderes überlegen. Aber was wir hier mal machen können, ist, wir können vorher das Clipboard auslesen. Okay. Und was können wir machen? Also, wie gesagt, auf Tastatur und so weiter greifen wir nächstes Mal drauf zu. Ähm, dieses Mal greifen wir jetzt nochmal auf das Clipboard drauf zu und sagen mal hier, okay, was steht denn eigentlich da vor drin? Und das machen wir mit get-Boden-Clipboard. Eigentlich so, wie man es erwarten würde. Get-Clipboard liest euch euren Zwischenablage aus. So, und das können wir jetzt einfach in eine Variable reinspeichern. Das heißt, x oder clip ist gleich Clipboard, Punkt, get-Clipboard. Das ist quasi jetzt einfach den Zwischenspeicher auslesen. Und jetzt geben wir doch einfach mal hier alles aus. Also, wir füllen danach erstmal hier Date rein. Und dann geben wir zunächst einmal unser vorheriges Clipboard aus. Also, das, was wir davor zwischengespeichert hatten, bevor wir das Skript gestartet haben, das wollen wir jetzt ausgeben. Und das könnt ihr machen mit einem kleinen Dialog. Da gibt es auch eine Extra-Klasse dazu. Ähm, und die haben wir mit Info-Dialog zum Beispiel. So, und den können wir relativ schnell er, ähm, ja, öffnen. Indem wir einfach sagen, äh, Zwischenablage. Ähm, und so, jetzt haben wir hier eine Message drin. Und diese Message ist natürlich Clip. Wir wollen wissen, was davor drin stand. Und dann wollen wir noch einen zweiten Dialog öffnen, mit dem, was jetzt aktuell gerade drin steht. Das heißt, wir sagen hier einfach Clipboard.getClipboard. So, mal gucken. Und jetzt habe ich ja gerade was in meinen Zwischenspeicher reinkopiert. Wir werden jetzt einfach mal das Skript ausführen. Vergesst nicht zu speichern. Und dann sehen wir das. So, und wir sehen hier, die aktuell oder die Zwischenablage davor war Clipboard.getClipboard, weil ich das hier gerade hingepastet habe. Das ist absolut korrekt. Und jetzt ist plötzlich Date drin, okay? Und, äh, ja, so zu debuggen ist übrigens super, super ineffizient. Dazu soll sie eine richtige IDE verwenden. Aber da wir hier auf relativ kleine Skripte uns beschränken, ähm, ist das eigentlich so in Ordnung. So. Jetzt wäre natürlich auch sowas denkbar wie ein Clipboard-Manager, okay? Das heißt, man kann jede Zwischenablage zwar nur einmal verwenden, aber dafür hat man Zugriff auf die alten Zwischenablagen oder sogar einen Dialog, der euch zu allen Zwischenablagen Zugriff gibt. Und, äh, das möchte ich, da brauchen wir natürlich noch eine weitere Sache dafür. Erstmal können wir hier natürlich auch noch das, was wir gerade im Text markiert haben, können wir auslesen. Das ist auch noch was. Und ja, das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Selection ist gleich Clipboard und dann machen wir, äh, gebe ich euch eine kleine Übung mit für zu Hause, falls ihr keine eigenen Ideen habt, was ihr hier cooles machen könnt. Get Selection, ähm, liefert euch quasi einfach den aktuellen, äh, das, was ihr quasi selektiert habt. So, das packen wir jetzt hier natürlich noch in den Dialog oben drüber und sagen hier Selection. So, wollen wir uns zeigen lassen. Okay, speichern und ausführen und, ja, das ist schiefgelaufen. Dann sehen wir, das ganze Skript ist abgestürzt. Das heißt, der Teil hier sollte eigentlich von einem Try and Catch umgeben sein, weil ich hatte gerade nichts selected. Das heißt, da wird, ähm, natürlich dann auch nichts ausgegeben. So, und wir sehen hier gerade die Scripting Engine kommt an ihre Grenzen, weil das echt nicht so komfortabel ist. So, jetzt machen wir hier einmal den Dialog rein. Und sagen hier Message ist gleich nichts selektiert. Exiting. Okay, ähm, genau. So, und jetzt hatten wir natürlich nichts selektiert gerade. Okay, das funktioniert auch nicht, weil ich vergessen habe, das hier ins Try reinzuschreiben. Warum habe ich das nicht ins Try rein? So, ähm, ja, jetzt sehen wir hier nichts selektiert und dann stürzt mir quasi das Skript erstmal ab, beziehungsweise halt der Teil, den ich im Try drin hatte. Und das, was ich davor hatte, war das und das danach war eben dieses Date. Ja, ähm, wenn ich jetzt allerdings etwas selektiere, zum Beispiel kann ich hier einfach mal Zwischenablage nur markieren. Ich habe nicht STRG C gedrückt, okay? Ich habe es nur markiert. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel STRG G drücken. Dann kommt hier meine Zwischenablage. Und danach kommt Date. Ähm, das ist scheinbar das. Achso, ja klar. Ich habe ja gerade das Ding hier fertig ausgeführt gehabt. Ähm, das hat es mir in meine Zwischenablage reingeschrieben. Und danach habe ich natürlich wieder Date in meiner Zwischenablage drin. Ja, ihr seht, was das alles tut. Also nochmal ganz kurz kleine Recap hier. Wir haben mit Get Clipboard können wir die Zwischenablage auslesen. Das heißt, das, was man mit STRG C quasi reingeschrieben hat. Ja, wir können mit, ähm, Get Selection den markierten Text in einem Textfenster oder in einem Browser oder, oder, oder können wir hier markieren. Und wir können mit, ähm, wo ist es? Mit Fill Clipboard etwas in unser Clipboard, also in unsere Zwischenablage reinschreiben, ohne dass wir STRG C oder sonst irgendwas drücken. So, und jetzt eine kleine Übung für euch. Wir wollen jetzt natürlich hier das Ganze auch anwenden. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Übung rein. Baut euch doch mal ein Skript, das jedes Mal, wenn ihr, also ihr müsst dann halt einen anderen Hotkey nehmen als STRG C, aber zum Beispiel STRG, ähm, I don't know, G zum Beispiel ist eigentlich wunderbar. Wenn ihr etwas markiert, und das wäre theoretisch mit STRG C in eure Zwischenablage rein, schreibt euch eine Liste, die neue Zwischenablagen verwaltet. Das heißt, ihr könnt mehrere Sachen in die Zwischenablage reinpacken. Zum Beispiel, ich markiere jetzt hier meinen Gnome und drücke STRG C. Dann ist in meiner Liste Gnome drin, ja. Oh, ups. Ich habe jetzt hier keine Anführungsstriche drin, das könnt ihr dann machen. Ähm, dann benutze ich aber dieses Gnome nicht, sondern ich gehe hierher und nehme Clip und packe das auch noch in meine Liste rein. Dann schreibe ich mir hier einen Clip vorne dran. Und dann nehme ich hier noch mein Get Clipboard und habe wieder mein Clip nicht verwendet. Wenn ich jetzt aber STRG V drücke, dann kommt ja mein Get Clipboard. Dann wird das hier wieder rausgelöscht. Und wenn ich jetzt wieder STRG V drücke, dann kommt nicht wieder Get Clipboard, sondern dann kommt Clip. Und dann wird auch dieser Clip hier wieder rausgeschmissen. Versucht mal sowas zu machen. Das könnt ihr mit diesen ganzen Techniken, die ich euch gezeigt habe, schon machen. Quasi eine Zwischenablage, die sich merkt, was ihr genommen habt. Und man kann jedes Element nur einmal verwenden. Probiert das mal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr keinen Bock drauf habt oder irgendwas anders machen wollt, dann macht das. Aber versucht es ein bisschen anzuwenden. Das ist auch eine super Übung für Python 3. Da könnt ihr nämlich da auch gleich noch ein bisschen machen. Und ihr braucht wirklich nicht mehr als das, was im Endeffekt da steht. Plus ein paar Python-Kenntnisse und dann war es das. Cool. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns. Bis dann.